Quo Vadis, Joe Enox. Aktuell ist bei den Schwänen eine ganze Menge mediales Drama im Spiel, denn der US-Amerikaner Joe Enox sieht sich ständig mit einem Endspiel konfrontiert, aber vor allem von Seiten des Umfeldes, weniger von Seiten des Vereins. Aus dem Umfeld kommt auch er, Florian Riedl, der Lübecker ist gebürtiger Wehrdauer, nur wenige Kilometer von Zwickau entfernt ist er geboren. Hinein geht's in diese Partie, 8. Minute, Lübeck in grün-weiß von rechts nach links und direkt ein kleiner Aufreger, denn Martin Röser, der Stürmer, geht hier zu Boden. Er ist ein leichter Kontakt da von Steffen Kanzer, aber von dem Foul kann hier keine Rede sein. Nur kurz danach gibt's diese Defensivaktion vom kroatischen Terrier, Jozo Stanic. Und wieder gibt's die Aufforderung an den Schiedsrichter Florian Lechner, doch bitte auf den Punkt für den VfB Lübeck zu zeigen. Aber das hier ist sauber, Stanic im Stile eines echten Wachmannes. Steinwender bekam da ordentlich was mit. 35. Minute, Mirko Poland kehrt er nach der Verletzungspause zurück und er leitete dieses 1 zu 0 für die Gäste. Mustergültigkeit, Yannick Deichmann mit dem Führungstreffer für die Gäste. Signiert, verpackt und ausgeliefert ist dieser tolle Pass von Mirko Poland auf Yannick Deichmann. Sein vierter Säsortreffer, Johannes Brinkis, war da ohne Chance. Also lief doch eigentlich alles Paletti für den Trainer Rolf Landal auf Seiten des VfB Lübeck. Aber der FSV Zwickau zeigt in der zweiten Hälfte plötzlich ein anderes Gesicht. Moritz Schröter und Leon Jensen, zwei offensive Stammkräfte, kamen in die Partie und die haben direkt Leon Jensen. Das ist so ein kleiner Impuls, den Joe Ennock da von der Bank senden wollte. Und das klappte auch richtig gut. Ronny König mit der nächsten Möglichkeit, der suchte ja immer noch nach seinem 50. Drittliga-Tor. Aber immer war irgendein Lübecker zur Stelle. Und das zweite Mal war es dann Florian Riedel. Erst Tommy Grupe, der Ronny König in Manndeckung nahm, über die gesamte Partie über. In 1 gegen 1 zu hin war die Defensive der Lübecker voll auf der Höhe. Und Florian Riedel ist hier zur Stelle. Ein Chancen-Marathon kündigte sich an zwischen der 62. und 64. Minute. Der FSU war wachgeküsst. Erst über Wilms, Lukas Reda bekam ordentlich was zu tun. Dann über Moritz Schröter, nur eine Minute später. Und beim dritten Versuch passierte dann plötzlich was. Manni Starke, wieder Lukas Reda. Und da ist der eingewechselte Leon Jensen. Und dann ist er plötzlich da. Der Funkturm sendet wieder. Ronny König in der 64. Minute mit seinem 50. Drittliga-Tor. Und plötzlich war der FSU Zwickau wieder zurück in dieser Partie. Wohlgemerkt in den letzten 30 Minuten. 16 von 25 Gegentoren bei den Lübeckern. Vielen ab der 60. Minute. Einen Aufreger gab es dann aber noch. Elsa Medramay, mittlerweile auch eingewechselt. Ging hier zu Boden. Leon Jensen zog den. Und das ist schon die Kategorie Dunkelgelb. Hellrot, da hätte es durchaus auch eine rote Karte geben können für Leon Jensen. Lübeck musste sich also nicht durch spielerische Akzente zeigen. Es waren also eher die groben Varianten, wie hier durch Torben Deters in den letzten 10 Minuten. Aber die letzte Großchance hatte dann der FSV Zwickau. 84. Minute, Morris Schröter auf Manni Starke, beide eingewechselt. Und da ist der Ball im Tor. 2 zu 1 für den FSV Zwickau. Und Starke zeigt den Kritikern, bitte auch mal still sein. Da ist er also, der Namibier, der frühere U18-Faustball-Nationalspieler. Mit Balsam für die Seele zum 2 zu 1 für den FSV Zwickau. Und Joe Ennox durfte tatsächlich jubeln. Es waren heute zwei verschiedene Hälften. Wir haben in der ersten Hälfte nicht das gebracht, was uns stark gemacht hat. Es war in der Halbzeit, egal welche Formation oder Grundordnung wir spielen, das gebracht, was wir können und was wir gut machen. Und deswegen haben wir uns selber belohnt. Wir gehen zum, ich weiß gar nicht wie viele Mal in Führung und schaffen es einfach nicht, diese Führung auch mal zu Ende zu spielen. Und ja, diesen Reifeprozess, den hatten wir auf jeden Fall in den vier Spielen, die wir gewonnen haben. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall mal Eier zeigen und sagen, dass wir hier auch mal, wenn wir in Führung gehen, das Spiel auch zu Ende ziehen. Wo sind sie denn eigentlich, die drei Punkte für den VfB Lübeck? Die letzten gab es Ende November. Das ist schon eine ganze Weile her. Der FSR Zwickau feiert mit Joe Enoch seinen allerersten Heimsieg seit dem ersten Spieltag gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Es ist wieder mal ein Lebenszeichen. Alle Spiele der dritten Liga live. Nur bei Magenta Sport.